Das ist ein Zweitbuch am Michelsberg in Wiesbaden. Unsere Spezialität sind preisreduzierte Bücher, Reste aus anderen Buchhandlungen, Reste aus Verlagen, Reste von Versendern, manchmal mit ganz leichten Beschädigungen, manchmal auch ohne solche. Die Art Bücher, die man halt günstiger verkaufen darf innerhalb der Preisbildung. Das Besondere an unserer Buchhandlung ist, dass wir Bücher aus allen Bereichen haben. Medizin, Kunst, Foto, Kinderbuch, Jugendbuch. Wir haben Romane, wir haben Krimis, wir haben Biografien. Es ist eine große Vielzahl. Und dann haben wir auch eine sehr persönliche Atmosphäre. Ja, wir sind einfach, beide schon seit ganz vielen Jahren Buchhändler, haben uns im Laufe dieser Zeit dann irgendwann kennengelernt. Wir sind natürlich auch beide begeisterte Leser, Leserinnen. Wir tragen im Grunde das, was wir privat sind und machen weiter in den Laden. Das vermischt sich total. Wir haben auf jeden Fall den Plan, gegen alle Trends, die es so gibt, weiterzumachen. Ein Laden zu sein in der Welt, in der Läden ja wirklich einen schweren Stand haben. Die nächsten Generationen zu gewinnen für das Buch, für schöne Bücher. Die Einkaufsstadt Wiesbaden gefällt mir, dass es trotz aller Widerstände immer noch eine sehr schöne Vielfalt an kleinen und großen Geschäften gibt. Und eine wunderbare Bausubstanz, die man sich nebenbei angucken kann, was so andere Städte und Flussgergassuren ja nicht haben. Ja, wir sind Zweitbuch. Wir freuen uns auf Kunden, die wir schon kennen. Und wir freuen uns auf neue Kunden. Bei uns gibt es wirklich ganz, ganz viele Bücher. Einfach mal reingucken. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.